Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Day. Sie wieder dabei, Revo. Juhu. Wer von euch das wäre? Und der Felix auf jeden Fall. Malzeit. Das ist ihr. Ich, ich, äh, da bist du. Okay. Und der Martin ist jetzt auch dabei. Hallo. Ja, der befindet sich aber derzeit noch in Solnitschny, also zwischen Solnitschny und Niznoe. Und da kommen wir ihn jetzt mal abholen. Und er hat sich gemeldet über... Welche Part war denn das? Schon ewig her, auf jeden Fall. Bersi, komm, lauf. Mach ich doch. Ja, vernünftig. Ja, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall, äh, Part 10 oder... 12. Ein Glück, dass wir jetzt nicht bei schon 46 sind oder 47. Und der nächste Vorteil ist, dass wir 20 nach 11 haben. Genau, und seit vier der Dahongen und zwei Folgen aufgenommen haben. Wie, wir hatten der letzte Part geendet. Neuer Rekord. Ach, wir sind gestorben von diesem einen, ähm... Insel-Affen. ...H-Punkt-Zone. Ja. Ich hab dann noch ein bisschen weiter geraged, weil ich dann in Solnitschny angekommen bin, wollte ein bisschen looten, auf einmal kommt mir so ein Tynos entgegen, sagt so, äh, hi, bla bla bla, ich so, ja, Mahlzeit, ich hab aber keine Waffen, bleib mal cool und so, also alles auf Englisch, logisch. Und auf einmal zieht er dann der M4 und will mich umlegen. Ich denk mir, so, was ist mit euch? Ich hatte nichts. Ich hatte einfach nichts. Ja. Ja, bei mir war dasselbe. Ich war auch in Berizzino. Ich wurde vom Nub K.O. geschlagen. Und ich war in Berizzino und hat mich einer totgeaxt. Da hatten wir ja auch noch so eine Aktion, ne, mit dem Tynos, wo ich total geraged hab und einfach alle umbringen wollte. Ja, total. Ich bin einfach auf einen draufgerannt mit Fäusten und wollte dann einfach K.O. schlagen. Hat nicht so ganz funktioniert, der hat dann mich und Revo K.O. geschlagen. Ja, mich ja auch, ich bin ja neu gestartet. Ja, genau, und Flashy auch, hat dann neu gestartet, ist Flashy zurückgekommen und hat ihn umgeleadet. Genau. Das war eine ganz lustige Aktion. Und kurz nachdem wir den Neustart vollzogen haben, war ihm klar, dem Flashy, dass er ein Defi dabei hat. Genau, hat er auch ganz lustig. So, habt ihr rotes Verbindung? Hab ich am D-Sync von 100.000. Ja, dann wird's wohl gleich ein Liedstart geben, ich auch. Martin hat keins, gell? Martin ist nicht so gesprächig. Nee. Nee, ich mein, hast du ein rotes hier Verbindungsdinger? Die Kette, die unterbrochen ist. Nee, hab ich nicht, nee. Das ist gut, das ist gut. Ich sag mal, wie viel Uhr sind auf dem Server? Ja, jetzt ist er weg. Äh, 8.50 Uhr. Ich wundere mich, weil's noch doch relativ dunkel eigentlich alles ist. Ja, aber geht doch, klar, oder nicht? Ja, freilich. Aber warum seid ihr so schnell? Ist das, weil ich so viel mitgekommen bin? Ja, und ich bin gerade in der neuen Stadt. In der HNX. Ich suche gerade nach dem Schild. In der HNX gibt es doch... Doch, ja, doch gibt's ein Schild, aber die Stadt darf dir eigentlich nicht groß sein. Wolltest du jetzt gerade definitiv sagen? Das ist mein Wort. Definitiv. Definitiv dein Wort. Ja, das ist mein Wort. Absoluto Mento. Jeder, der mir dieses Wort wegnimmt, der... Wird mit dem Tode gestraft. Sowas von Schrotmodex. Oh, die Lagerhallen sind noch zu. Wie weit bist du schon wieder? Ich bin nur in der Lagerhalle an eurem Haus da. Was soll ich dir jetzt erstmal? Backstein, Backstein. Was hast du getan? Das muss verstackt sein. Verstackt sein, ja. Essen, essen, essen. Also ich habe ja noch Handschuhe, eine Mütze. Oh, ich dachte, das ist schon, was geht denn mit. Öl, wo Zombie. Öl, wo Zombie. Öl, wo Zombie. Der sucht Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit definitiv zu unberogen. Auch da ist er ja, der ist mal eben so, wie man geht. Oh, fuckvoller Wichtig. Entschuldigung. Ja, es ist doch, wenn der siehsteste Stimme ist. Ja, hau daneben. Ich habe ein Black Shirt. In Pristine. Das zieh ich an. Äh, wir sind in... Hä? Ich hasse diese scheiß... Bericino sind wir. So. Ab in den... Auf den Hafengelände. Warte, ich komm. Bye. Ich habe ein schwarzes T-Shirt an, jetzt hat. Kein rotes mehr. Ich muss mal hart niesen gehalten, glaube ich. Schau ins Licht. Ne, lass ich ja eben mit Absicht sein. Das bringt wirklich was, gell? Ja, dann kannst du niesen, das ist schon richtig. Aber ich will es ja nicht. Ich habe In-Game-Sound gehört. Waffen raus, Waffen raus. Waffen raus, ja. Wo seid ihr, wo seid ihr? Lasst uns treffen. Ich bin hier schon am Hafen. Ja, bei den Containern. Ja, ich bin auch bei den Containern. Hinter dir, hinter dir! Was? Darf ich? Okay. Good job. Er ist tot. Wer war das? Auf jeden Fall ist er tot. Und hat keinen Hut dabei. Das war ein Mensch. Der hatte gar nichts mehr. Ja, der hatte nichts mehr, der war nackt komplett. Warte, ich komme auf euch zuglaufen. Ach du Scheiße, habt ihr den erschossen, oder was? Ne, Revo hat ihn erschlagen. Seid ihr geil. Da hat ihr halt gar nichts mehr. Jeder müssen aufpassen, dass ihr Banditen sind, oder sowas, gell? Die den verfolgt haben. Ja, dann würde ich sagen, Flashy, wir holen uns die Waffen raus, damit wir gesafe sind. Aber das ist die richtige Reaktion gewesen von Revo. Ist einfach so. Also, einfach draufgerannt und zugehackt. Vielleicht, der wollte wahrscheinlich einfach nur Hilfe, aber... Ja, ist scheißegal. Ja, hat er doch jetzt. Wartet mal. Ja, stimmt. Ja, was hast du denn? Ihr sollt mal ein wenig warten, bitte. In Bewegung bleiben. Ich wollte gerade sagen, wenn wir Banditen oder sowas unterwegs sind, ne? Ja, was ich fragen wollte, Revo, du hast keinen Schuss für deine Mühle, oder? Was für eine Mühle? Ach, die hast du ja nicht mehr. Scheiße, stimmt. Das war ja vor dem Server. Nächste Dingens, Entschuldigung. Hahaha, hast keine Waffe. Wow, das war der erste, das war jetzt der erste Mensch, den wir in der ganzen Zeit jetzt getötet haben. Nee, ich hab doch den einen raus. Äh, bei mir kam jetzt unten rechts dieses rote Zeichen. Ja, bei uns nicht. Rade, du hast dann wahrscheinlich, ja, du hast ein Desing von 100.000. Ist nicht schlimm. Geht gleich wieder weg. Ist wie Herpes. Herpes geht aber nicht weg, na doch. Freilich. Baby geht ja immer weg. Äh, hier ist noch ein, ja. Spannung und Ruhe hier, bitte. Ich bin gerade in so einer Stadt mit X. Äh, weil du, ich kann mal jemanden für neue Karte gucken. Hm, ich bin irgendwie bei Xem. Xem, wartet mal. Ja, ich verstehe. Deine Stadt müsste, auf der rechten Seite müsste ein Hafen sein mit einer Tankstelle. Und die Stadt müsste heißen HN, dann so Art X und mit Doppel E am Ende. Kommt das irgendwie hin? Ich hab schon wieder ein rotes Verbindungszeichen jetzt verflucht. Nicht. Schon wieder 100.000er Desing. Lass uns weiter. Martin, hast du gehört? Was? Oh. Doppel E am Ende. Äh, warte, ich suche zum Schild. Da steht, du bist ein bisschen leckiger gewesen. Ja, ich hab ja auch so einen krassen hohen Desing. Lecki, leck, leck, leck. Leck, leck, leck. Leck, leck, leck. Einzig ist ja, okay, ich lass es. rechts von mir ist es nur so ein grosser Hafen ja genau, lauf weiter nach oben in dem Hafen sind wir übrigens nee, der ist in der Zene am Hafen ich dachte, der ist so irgendwie haben wir so die Orientierung in dem Spiel, das ist zu heftig ja, irgendwie schon, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, dann geht das sehr spannend, was du ne, wenn jetzt noch Timo vielleicht irgendwann wieder kommen würde, dann wären wir einfach mal die 10, 5 Leute das wäre eigentlich mal gar nicht so verkehrt mhm äh, was seid ihr denn jetzt? ja, wollen wir ihm jetzt halt komplett entgegenlaufen, raus aus Bericino mhm ich würde erstmal in Bericino bleiben, ne? denke ich nämlich auch wir können jetzt noch zu dem Krankenhaus gehen wo wir vorhin die nette Begegnung hatten mhm mhm ich ja Highloot, ne? ja, eben deswegen vergeben wir das nicht ach hier, das haben wir ja gar nicht gesagt wir sind auf einem Military Highloot Server ja, also können wir auch wer kommt da? das ist so mies, ne? wenn wir dafür ich hab wohl naja, mach ich hab für Schuss hab ich denn jetzt eines? nein, 17 1723 du kannst dich googlen für die Schrott hast du's geil, ehrlich? ich hab nur 39 warte mal, brauch mal kurz was zu trinken ich hab nur noch ein drink da hinter dem Busch, hinter den Bahnschranken da steht einer ja gesundheit für Gesundheit hat sich so angehört, als wäre das ein Nieser gewesen oh, da ist er ja Achtung zum alter, bleibst du uns stehen? Konfigurieren Video Standard Move oh, noch einer oh, da da steh ich hinter den ja, warte ich oh, jetzt läuft man ja nicht weiter du bist ein Zipfel pass auf, ey ich seh gerade ein Schiff da hinten was siehst du? ein Schiff Schiff, fuck, Junge pass auf, dass du nicht in die falsche Richtung läufst ich küsse dich von dir rechts, gell? ja äh, Schiff, das kann aber auch das sein, was wir haben da hinten weil das siehst du auch aus da ist ja auch schon echt? ja ja seit ihr gerade in so einer sieht das Schiff auf deiner rechten Seite? ähm, ist noch ein bisschen weit entfernt, aber ja, ist auf meiner rechten ja dann bist du richtig unterwegs müsste der hier gleich irgendwann auch in der Straße auftauchen in der Strafe auftauchen wenn ich jetzt wüsste, wo Fläschi ist, schon wieder ist auf der Straße Alter was? hier bin ich da hinten oh Junge er brüllt, Alter, rum, ich denk mir, jetzt kommt irgendwas, ey, und dann weiße, sagt immer, wir müssen mehr reden, ne? aber er verschwindet einfach Entschuldigung das empfand ich jetzt nicht als wichtig, euch mitzuteilen ich geh da vorne mal noch aus Tomi ich holen nein ja, dann hol du dir soll ich jetzt am Schiff warten, oder? wie, am Schiff du bist jetzt noch nicht ernsthaft am Schiff, oder? sag mal, ein großes, rotes Schiff warte mal also ich bin noch nicht ganz da, aber vielleicht 100 Meter du bist grad durch so'n Sumpf gelaufen und sowas ne, ich, also die Straße führt grad in den Wald und rechts vor mir ist grad ein Schiff verflucht, wo bist du? du bist auf dem richtigen Server, ja soll ich dir ein Foto schicken, oder was? wie, bitte? soll ich dir ein Foto schicken? nein Herr Jungs, habt ihr ne Ahnung? nein, kein Plan ganz ehrlich, kein Plan ja, dann müsstest du ja schon an Bernadino vorbei sein du bist nicht durch ne Stadt gelaufen, oder wie? doch, durch ne richtig große Stadt mit Containern und du bist halt ernsthaft an dem Riesenschiff bei so Kränen vorbei siehst du die Kräne, wenn du dich umdrehst? weg von dem Schiff äh, ja, dahinten, ja ja, dann darfst du wieder zu den Tränen kommen ja mal, Ingo hey, was denn du jetzt, bitte? ja, das frage ich mich grad aber mal auch an bleib mal kurz stehen hier ich kann immer noch nicht drauf sein, dass wir den armen Kerl eiskalt umgelegt werden ich warte hier jetzt, ich lege mich hin wir sind ja alle da ja soll man mal ein paar Leute anlocken, vielleicht? ne, nicht schießen, das ist ein bisschen scheuer, das ist Munition zu tun du siehst auch diesen hohen Schlot? ne, das sehe ich es grad nicht, ne so ein weißes, roten den hab ich aber vorher gesehen, also als ich in der Stadt drin war ja genau, da musst du irgendwie ach, jetzt sehe ich den, jetzt sehe ich den, ja jetzt sehe ich den lauf der Straße einfach entlang, wir irgendwie melden uns, wenn du bei uns bist ja, er kommt ja bei uns vorbei da ist ja nur drauf, dass dir gleich irgendeiner kommt und uns wechselt ja das versteckerte ich mir eigentlich schon so den Busch ich halt in dessen den Busch ja du spielst dauerhaft in der Ego-Perspektive kann das sein ich? ja ja boah, das würde mich voll stressen, irgendwie ne, mir macht die Ego-Perspektive viel mehr Spaß, aus dem sehe ich ihn sehr viel mehr naja, ich finde überhaupt nicht ich finde es ist voll reinglich ich finde es ist voll reinglich hörte mich wieder? hörte mich wieder? ja hä, warum nicht? ich hatte hier gerade voll den Sound abkack ich hatte hier gerade Null-Geräusch aber hat äh, noch jemand vielleicht was zu trinken? ne nein bis auf der Straße, Martin ich komme gerade in die Stadt rein ich habe nichts mehr zu trinken ok das letzte geschieht da habe ich noch irgendwie was, ne ne, das ist noch nicht so brutal, aber trotzdem nein das letzte habe ich gerade getrunken bei mir das waren zwei Schlücke, aber das war's ja, ich hätte kein Ding hat einer von euch ein, ne, äh, Ne-Kid oder so? ja würde mir das einer geben? ja wissen wir es jetzt sind da ist gedroppt, müsste ich gleich irgendwo kommen mhm sag mal, Marino sag mal, Marino bestimmt du ja ja nicht, du bist gleich schon durch die Stadt durch ne, dann aber das kann nicht sein ja, dann es gibt ja aber mehrere Schiffe in dem Spiel, das weißt du ja, aber der muss jetzt sorry, ja, sag ja, also ich bin jetzt gerade an so einer Tankstelle ja, ich sehe, ich renne weiter einfach was, sieh? ich seh ihn nein, 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 nein nein, nein okay, äh, wie ist das aber jetzt? military, hi-loos military, hi-loos military, hi-loos military, hi-loos military, hi-loos wir enden der ist schon wieder da nein, doch ich aktualisieren doch der schon wieder da krass okay ich warte auf den Horst me too wir warten alle auf Horst, können wir sehen ja und Horst will nicht antworten ja ja so, wir wollen es starten without warning every four hours war gerade dort gestanden mhm ist ja an sich nichts schlecht ja mhm alle vier Stunden restart mal kurz echt ganz kurz keine refreshment die ist mir ja, ist nicht ganz verkehrt die ist mir ja, ist nicht ganz verkehrt die haben gerade auf mich gewartet auf der Straße gab es eigentlich mehrere nö 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 also du das sehen wir sind nicht ja aber ich habe nicht so eine geile M4 wie du, ne aber wir steht immer noch please wait nein, weil wir nicht mehr kein Kill bei Sichtkontakt steht da ja wo seid ihr denn? ah, jetzt bin ich da ah alle schifft wie Sau ja bei dir auch? ja wo das Verbindungszeichen wer weiß gelbes das Naked ist hier nirgends hast du das noch? ähm ja boh der Regen ist so krass laut ja hopp ich wurde jetzt aber gerade wieder zum Schiff zurückgesprochen nein rennen den Weg halt noch mal aber zackig wie gehen in die Dinger kommen mit und luten weiter stimmt, ist ja Richard gewesen, richtig boh alle der Regen sieht aber brutal geil aus aber mal richtig hier ja das muss man mal sagen, bestimmt es regnet? ja wir nicht nein ok ist nichts wie schlimmer ist bei dem Spiel kommt halt immer darauf an wo du bist komm da drauf an was du an hast mal mal eine Zeit lang die ganze Zeit nur bei Fläche gerechnet auch ja stimmt aber warum bin ich da neben mir? also ich komme jetzt in die Stadt bei ihm ja bei den äh krähen die die da in dem Hafen sind da rennen wir gerade rum da ja drängelt euch vor dankeschön da drin regnet es auch so geil ja ich habe eine Karte gefunden aber dies interessiert mich irgendwie nicht wirklich bei mir schon bei mir regnet es irgendwie komisch jetzt gerade nur in Gebäuden das ist natürlich auch eine Möglichkeit mach doch das scheißverdammte Tor auf nicht so aggressiv mein Herr ich bin aggressiv ok ich habe gerade einen der bis auf die Unterhose ausgenommenen Charakter einfach ungenietet mir egal mittlerweile ja es hätte ja auch nur ein Flugvogel sein können ja eben ne ne er ist schon richtig reagiert auf jeden Fall boah der Regen ist so extrem laut so jetzt sollten wir aber vielleicht hier unseren Kollegen mal abholen ja wir laufen auf die Straße bitte Martin wie siehst du aus? also der Charakter hässlich nein also männlich und ja ja äh Farbe des T-Shirts der Hose wäre hilfreich T-Shirt grün und Hose warte mal der Zombie rennt irgendjemand hinterher ja mir dann dreh um was soll ich sagen dreh um du rennt jetzt mitten in der Stadt ja ist echt so du bist ein Chaot vom Feinsten aber volle gerade aber hauptsache vier Zombies hinter sich ja dann verzieht ich von mir oh fuck komm auf die Straße man geh weg warum regnet es denn jetzt schon wieder denn es regnet so laut vor allem bohren es nervt mich ich bin es an der Tankstelle an der Hauptstadt ja 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 wir sind da wir sind da ja so ja ich bin vor dir also komm hol mal ich hol mal schon die ganzen Zombies weg ja mhm ich stehe mal kurz dabei Alter wie viele sind das denn bitte ey ey das gehört was was Alter Donner Donnerschlag Alter ich hab mich erschrocken ich dachte mir jetzt kommt die Hälfte mit ihrem Typ und er kommt hier mit Donner so so woanders nehmen wie sehen die denn hier aus hi ah ja das ist ja military loot ne ich würde es nicht wagen nein definitiv nicht zück nicht die Fäuste hast du Hunger? Boah ich schreis so ach so ja ich bin richtig durstig und habe Hunger ah warte äh Jungs wo seid ihr denn? der andere Tank weißt du wo die ist? äh jetzt gerade nö okay hab ich die ersten hast du noch Alkohol? woher gerade drin was? hast du noch Hunger? ja ja steht noch immer ja also hinter den Bahnschienen äh jetzt dürftest du echt nichts mehr haben an Hunger äh ja ja warte ich ich rufe denn noch das Lager hier auf okay aber ähm das Durst-Zeichen ist schon braun was ist braun? das Durst- also das Durst-Zeichen ach so hat jemand von euch noch was zu trinken? nein nein ja okay dann brauchen wir was definitiv schnell hier ja eh aus ja also erstmal Sammeln Punkt Sammeln Punkt Tankstelle Kinder Kinder du bist wie schon so alt Tankstelle ey Alter wo seid ihr? wo bist du? ich bin ja gerade die Tank das ist die Frage wo du bist eh ah da hinten ist die Tankstelle okay ich komme du bist völlig durch was denn? Dings nein wohl Band von woher kommt eh da ist mir jetzt aber mal auch da hat gespannt von da nicht da nicht da nicht da nicht da nicht da nicht mal denn du bleibst auch da gell ja bin wir euch ich bin weg ich bin wieder zum Schiff geraten ich bin wieder zum Schiff geraten ich bin ich fühl mich alleine sicherer ja da alter Revo könnte gut aus möglich sein ja das stimmt ja teilweise nicht ach da kommt er hinter dir ach du scheiße wir gar nicht wissen wo der her was denn ich hab da hinten alles noch durchsucht ja nur ja wir waren zum letzten wir waren zum letzten unseren Kollegen geholt ja jetzt hat es perfekt zum Folgenende aufgehört zu regnen da ist nichts mehr drin hä wo hat sie aufgehört zu regnen bei mir ist es gerade aufgehört ja ich hab auch nichts mehr jetzt hat es gar nicht geregelt voll bei mir regnet es noch ist das geil wie wär das mit folgendem Ende jo wir hören jetzt auf an der Stelle wir sehen uns an dem nächsten Part wieder macht es gut tschau tschö tsch tsch Untertitelung des ZDF, 2020